Hallo meine lieben Freunde der schlechten Unterhaltung, ich bin's wieder, euer NecroxLP, hier ist der Final Mix und ich muss gleich mal meinen Fail-Kund tun. So, ähm, als allererstes, ich hab ein bisschen gelevelt, das sieht man, Sora60, Donald59, Goofy60, ich hab jetzt eigentlich nur auf Soras Level geachtet dabei, höhöhöhö. Ähm, ja, hab dann versucht, diesen herzlosen Raum da nochmal zu machen, dieser unglaublich schwere, um zu gucken, ob mein Level hoch genug ist, ob das reicht. Hat gereicht, hat gut gereicht, bin hier durchgegangen, okay, das Spiel dann kurz, Paul, hab das Spiel kurz zur Seite gelegt, dachte mir, okay, kann die PlayStation ja gleich ausmachen, einfach, hab ja gespeichert vorher, so, hab den dann ein paar Stunden ausgehabt, so, dann hab ich die PlayStation ja, hab ich geguckt, ach, Spiel läuft noch, hab einfach mal gespeichert und, ja, haben wir den Salat. Wir haben den Raum geschafft, hab am letzten Speicherpunkte spielt, müsste das jetzt ja nicht, glaube ich, sein, ähm, gespeichert und nun fehlt der Kampf gegen diesen Raum. Ah, ich muss sagen, es war nicht mehr allzu viel mehr, als ihr gesehen habt. Ähm, es war auch nicht spannend, es war einfach nur ein Kampf. Okay, ihr seht, mein Level, äh, mein Leben unglaublich hoch und alles, also so, ähm, ich öffne jetzt die Truhe. Ach, ja, was brennt mich, Final Alexia. So, und dann rüsten wir die Leute, ähm, Billetier, ähm, Items, Sora, Sora kriegt. Wie viele Final Alexia, wie viele Elixiere haben wir denn? Kriegt alle Final Alexia? Nein, rausholen, so. Rausholen. So. Donald, bekomm. Mega Potion. Und Goofy bekommt. Mega Potion. Und, haben wir noch Elixiere? Wir haben noch Elixiere, wir haben noch Elixiere, dann bekommen wir noch drei Elixiere dazu. Dann haben wir das alles, dann speichern wir das jetzt einmal. Das mal speichern wir das richtig. Hm, 74 Spielstunden, ist hart. Ah, aber vielleicht die ganze Scheiß nebenbei immer laufen lassen, ich bin voller Stromverschwender. Egal. So, was haben wir hier noch, soll irgendwas schönes? Hier noch ein nettes Gimmick oder sowas, warum wir jetzt durch die Tür gehen? Ich merke es hier nicht, ich möchte es durch die Tür gehen. Hä? Hast du das nicht? Hast du das nicht? Sei vorsichtig, dies ist der letzte sichere Ruheort. Danach wird dich kein Licht mehr schützen. Aber keine Angst, dein Herz ist die mächtigste Waffe, die es gibt. Vergiss nicht, du bist es, der die Tür zum Licht öffnen wird. Seltsam, die Stimme kam mir bekannt vor. Aber vielleicht bete ich es mir nur ein. So, öffnen wir die Tür. Was ist hier denn kein Licht mehr, ist doch Licht. Verarscht haben sie mich. Ich habe gerade bei diesem hellen Bildschirm gesehen, dass ich mein Bildschirm mal wieder putzen muss. Derp, derp, derp. Ist er auf meiner Insel? Ja. Ich würde sagen, ja. So herzlose wo seid ihr. Ich mag meine Insel. Hahaha, das ist meine Insel. Wacker und Tidus sind auch nicht mehr da, finde ich gut. Das ist meine Privatinsel. Hey, meine Brücke. Der arme Baum. Okay, geht weiter. Gehen wir mal zu Keirichs Haus. Das geht nicht, total. Das finde ich gar nicht schön. So. Dann gehen wir auf jeden Fall erst mal da oben hin. Halt dich fest, halt dich fest, bitch. Spring drauf. Das kannst du nicht, ich weiß, du bist unfähig. Äh. Du unfähigestück Scheiße. Boah, du unfähigestück Scheiße. Ich bin doch Scheiße. Ich bin doch Scheiße. Ich bin doch da lang. So. Die Welt ist verbunden worden. Okay, mein Insel ist weg. Sie wird sich weit gänzlich. Da bin ich so sehr viel zu lief. Ich bin doch immer... Pfff. Dunkelheit. One, who knows nothing, can understand nothing. Das ist Butter. 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 Okay. Rico. Hallo, Rico. Hey, Rico. Hey, what's up? Take a look at this tiny place. To the heart-seeking freedom, this island is a prison, surrounded by water. And so this boy sought out to escape from his prison. He sought a way to cross over into other worlds, and he opened his heart to darkness. Oh. Riku! Don't bother. Your voice can no longer reach him where he is. His heart belongs again to darkness. Hallo, Ansem. All worlds begin in darkness. And all so end. The heart is no different. Darkness struts with him. It grows. Consumes it. Such as its nature. Without the light, we wouldn't see the darkness at all. In the end, every heart returns to the darkness, when it came. You see. Darkness is the heart's true essence. That's not true. The heart may be weak. And sometimes, it may even give in. But I've learned, that deep down there's a light that never goes out. So you have come this far, and still you understand nothing. I don't think you understood that. Every heart returns to darkness. Where are you now, old man? So, I'm looking for you now. Boss fight. Oh, he does damage damage. I don't even know. So. I don't think I have to get him to get to the boss. Oh, a technical point of 200 is so hard. Ist er da draufgefallen oder das kann ich ja gar nicht sein? Scheint aber so. Was ist denn für eine Schacht der so drauf? Oh wow. Eingebenspalten hast du da schon weg. Ich will gar nicht wissen was da noch für Phasen kommen wenn die mit so einem leichten Einstieg anfangen. Ich muss ja ewig werden. Wehe das ist wieder so ein Dante's Inferno Endboss. Dante's Inferno hat so einen schlimmen Endboss. Das habe ich noch nie geschafft. Weil der so arschlang ist. Okay jetzt ist er als zum Einsatz. Und zeigt uns dann ein bisschen von seiner Stärke. Ich will einfach nicht aber, okay. Jo. Hey, ich hab ein Level abgemacht, ich hab ein Level 61. Dann mir Kleid. Wir ziehen uns immer weiter in die Dunkelheit, oder wie würde ich das jetzt verstehen? Mein Baum! Meine Insel! Wer macht der böse Bubi mit meiner Insel? Meine Insel war mein heiligstes. Endlich einen Platz nur für mich. Hei 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 hei. Letzter Ruheort, ok. Das ist eigentlich... Ja komm, letzte Ruhe. Das schreit noch letzte Savepoint also einfach rein. Ich glaub nicht, dass wir da noch irgendwas machen können. Wer ist ein Emulator, könnten wir doch mit... Opfer. Mit Safestabs arbeiten. Ach, den kämmen wir doch! Wenn du immer noch so einfach bist... Tut's mir leid. Macht er jetzt einen Shidori Rasengan oder was? Das ist unerlaubt. Da ist Copyright drauf. Muss nicht gut sein, oder? Oh mein. Oh, oh, oh. Du brauchst dein Leben zwischendurch, das ist so nett. Ich verstehe gar nicht, dass du mich so sehr liebst. So, jetzt müssen wir es einsammeln. Du 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 du. In der Zwischenzeit kommen wir dich um. Also das ist jetzt... Ich will gar nicht wissen... Ist das jetzt einfach viel und einfach? Oder wie ist das jetzt? Das kann doch nicht sein. Also nicht nach dem, was ich jetzt so von vielen Harz gesehen habe. Tja! Hallo? Ach, jetzt haben wir es. Oh, da ist er wieder. Was will er von mir? Ich will sofort auf mich zufrieden. Oh. Oh, da ist er wieder. Was will er von mir? Sofort auf mich zufrieden. Aber ich muss sagen, du hast ja bisher noch nicht wirklich... Open your heart. Oh. Was ist da? Open your heart. Der hält mich fest. Das ist sein neuer Move. Der hält jetzt einen, der mich festhält. Ist ja nett. Ah, und der angreift. Okay, der hat ein paar neue Moves drauf. War nicht so voll, wenn ich jetzt gerade irgendwie fürchte. Der hat mich auch einfach zu krass überlevelt für den Gegner. Also, der ich nicht denke. Ich meine, 60 sollte man schon haben. Wenn ich dann irgendwann... Also, ich denke mal, das Spiel werde ich dann schon weiterspielen. Wenn ich dann das Ultima habe und sowas. Vielleicht nehme ich auch den Kampf gegen Sephiroth auf, wenn ich ihn schaffe. Ich weiß es aber nicht. Und dann wird das auch nur so ein Zusatzpartner irgendwann vielleicht mal schaffen. Ich würde jetzt hier nichts versprechen. Ich würde jetzt hier eine Schuhe anziehen. Ich würde jetzt hier eine Schuhe anziehen. Ich würde jetzt hier eine Schuhe anziehen. Ha! Ha 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 ha! Okay, jetzt hast du jetzt auch noch einen Lebensball an. Dann kommen wir wieder hinterher. Okay. Was hat dieser Mann vor? Was hat dieser... Oh, wie... Oh, wie... Was hat dieser Mann vorhört? Das ist das Schreck hier, was er vorhört. Das ist das Schreck hier, was er vorhört. Das ist das Schreck hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und auf diesen schweigen Flitzel-HP machst du jetzt hier noch so mucken. Dass kenn ich ja nicht. Das kenn ich ja nicht. Das kann ich ja nicht ganz gewaltig machen. Ja. Gleimpi macht auch nichts. Jetzt kommt das mit sowas an. So, auf der Schädel. Schädel Basisbruch und wir haben gewonnen. So, so macht man das. Aber der gibt keine EP, der gibt Insta Level Ups. Ich hab mich jetzt so das Gefühl, weil einfach Level Up gewesen. Einfach so. Ich weiß nicht, was das jetzt soll und was, weil ich hab ja noch keine EP gesehen. Ich hab einfach nur Level Up gesehen. Oh, Goofy. Sora. Donald. Ich hab mir nicht vorstellen, dass das Kingdom Hearts ist. Wo bin ich? Was ist das? Oh, Looks like Ansem. Ich muss ja einfach Ansem sein. So überkrass kann ja nichts anderes sein. Oh, Goofy und Donald sind wieder weg. Warum hab ich die überhaupt ausgerastet? Die Spass. Wenn ich sowas sehen würde, würde ich glaube ich auch aufgeben. Ich hab ja auch aufgeben. Ich hab ja auch aufgeben. Irgendwann coolen Schwert. Das ist aber nicht, wie ich gegen ihn antreten soll. Also, was ist das schlecht in Nahkampf? Ich hab ja auch aufgeben. Halleluja. Würdest du mich verarschen? Halleluja. Halleluja. Wie soll ich gegen ihn ankommen? Raviga bringt hier nichts. Okay. Vitra, Aisgar, Aera. Mal den Jahre mal. Ich würde ja schon einiges helfen. Honolulu, Alter. Honolulu, Alter. Honolulu. Okay, das ist jetzt eigentlich nur... Ihn ausladen. Ich meine, er kann sich ja nicht viel bewegen. Okay, er macht Damage-Rolle. Er macht Damage-Rolle. Ich muss auch gucken, wann ich ihn ausblute. Okay, er macht Damage-Rolle. Wenn er diese Schwungen macht, dann geht's auf jeden Fall nicht. Oh mein Gott. Ich hab ja eigentlich schon drei Tage bis. Ich hab ja nicht mehr. Ich hab ja mit den Final X mitgegangen. Ich fühle schon einen Lebensbalken da. Ich will nicht, ich will nicht. Lass mich in Ruhe. Wenn der Schnappler auf Arbeit halten. Wie der Schnappler auf Arbeit. Ich hab ja schon gesehen, wie der Schnappler auf Arbeit halten. Ich habe gesehen, wie es das nächste Mal weitergeht bei Kingdom Hearts. Final Mix. Bis dann Leute. Tüdelü.